In Circles, it's a very, very bad Yo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das gerade war Ich bin auf einen ganz, ganz neuen Account Von Wiffel, von einem Freund Und ich wurde direkt geschrieben, Huch und Sonn Oh, ich habe auf dem Account noch nicht mehr gespielt Hab ich es so jetzt noch nicht erlebt, muss ich sagen Dass ich so instant beleidigt worden bin Oh mein Gott, ich bin aus der Karriere Nevermind Holy Shit Ich muss aufpassen, normalerweise camp hier immer Leute Wir spielen jetzt unranked Das heißt, ich weiß jetzt nicht unbedingt, wer hier Die Kute jetzt von ranken Ich entscheide erstmal hier Oh Gott Das tut mir schon wieder weh Das ist ein Legioner Das ist ein Legioner Das ist ein Legioner Gott, macht so viel Damage. Gott, go in, go in, go in. Nein. Was macht der? Oh Gott, tut das so eh. Please, next time, if I say to you that you have to go in the room, then please do it. I'm not standing and aiming. Yeah, perfect, okay. Then it should work. Okay, Jungs. Einfach beruhigen. Einfach sagen, was zu tun ist. Dann wissen die Leute auch Bescheid, was sie machen müssen. Ich muss sagen, mir gefallen hier. Die Settings voll. Irgendwie sieht das richtig sick aus, gerade. Also, ich weiß nicht. Bei mir normalerweise, wenn ich die einsteige, machen wir richtig blöd aus. Aber hier passt das definitiv. Bleibett. Die habitual. Aber wer macht denn hier, Jungs? Hier ist er, ich habe mich gelegt. Oh Gott, Ash, äh Tower, coming left door, he is coming door, right behind you, behind you, right side, at the other door, at the other door, out side, nice, good job, jawolle Jungs, Abfahrt, hab ich noch ne geile Tarnung, Alter, das sieht so sick aus, er hat auch sowas, Alter, Büffel ist so ein Ehremann, Jungs, bitte, Hashtag Büffel ist ein Ehremann in die Kommentare, danke, J.P. Mutant durch, oh Gott, das war mehr Glück, aber das stand, holy shit, nein, was ist denn mit dem los, ihn juckt das ja gar nicht, dass er aufgeht, ah, guck da, alles klar, egal, da muss ich aber ganz schnell los, ich hoffe, dass wir das jetzt besser hinbekommen hier, auf dem Spot, ach so blöd, wie ich gestorben bin, ich hätte gedacht, dass er pusht da, hätte ich jetzt noch nicht erwartet, hier komm, hä, was ist jetzt mit der IQ gewesen, hä, ist jetzt hier einfach lost in seinem Leben, hä, alles klar, Digga, warum sollt ihr mal probieren, das objektiv zu kommen, warum sollte man's auch probieren, oder? A, C, O, G, am Start, Abfahrt, würd ich sagen, schauen wir, ob hier oben einer ist, direkt wieder, schade, Digga, schade, Digga, ähm, wäre auch da, perfekt, wir haben verschwunden, verschwunden, oh Gott, hab ich vereimt, hab ich vereimt dich fast, quatsch, Ach, du kacke, was war das denn jetzt, bitte, was war das, Digga, man sieht den Typen aber auch nicht, ich hab den jetzt erst mal gesehen, den Typen, holy shit, what the fuck war das, ey, tut mal leid, ne, wo ich rechts den Typen, wo ich rechts den Typen gesehen hab, ich hab so krank vereimt, also rechts bei der Door, dieser Pixelangle, ich hab ihn so nicht getroffen, weil ich mein Mauspad verschoben hab, genau in dem Moment, oh Gott, Junge, ich muss mir echt mal ein neues zugelegen, holy shit, ich muss sagen, die E36C ist schon ziemlich nice, einfach durch den Weggegriff und durch das ACOG halt, man kann halt echt gut aimen mit der Appe, sag ich mal, und versprayt auch nicht krass, ist recht sick, muss ich euch sagen, es ist eine gute Wahl, sag ich mal, wenn jemand sich grad nicht entscheiden kann zwischen Ash, Holo und so, weil, ich meine, es gibt auch Leute, die haben halt nicht so einen geilen PC, sag ich mal, und sehen halt manchmal nicht alles, okay, haben wir den Typen auch so die Ash, ich glaube, es ist gar nicht so eine dumme Idee, auf dem Spot, als Roma hier oben hinzugehen, sonst wenn die Lobby sind oder so, kann ich ihn finden, Echo? Jetzt wäre es so geil, wenn er nichts mehr finden würde für mich. Ah, oh Gott, jetzt back. Warum hat er ihn nicht vorher gestunt, so? Egal, oh Gott, bitte los, bitte los das nicht. Chill. Direkt die right side, Lysion, also wenn du reingehst, direkt rechts. Right thrust. Nice! Geil, Jungs, 12-4. Denken wir, das waren jetzt nicht so die krankesten Gegner. Okay, ich schieße einfach durch den Lysion durch, das juckt ihn nicht. Nein, doch nicht, sagt lustig aus. Gut, Jungs, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Bett da, vielleicht sieht man sich mal rankt, auf dem Account, oder es ist Spiffle, kann auch sein. Okay, nicht eingerankte Boys zum Großteil. Bis ganz nach oben. Lol.